Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde, hier bei YouEnCrypto mit mir Paul und einem neuen Video. Heute mit einem aktuellen Thema vom Wochenende, denn auch am Wochenende schläft der DeFi-Markt nicht. Ich möchte jetzt aber noch gar nicht zu viel verraten, los geht es wie immer nach dem Intro. Willkommen zurück liebe Freunde. Tja, was war jetzt genau los am Wochenende? Ich habe es ja in einem meiner letzten Videos schon erwähnt, sind die Ponzi-Dapps wieder auf dem Vormarsch. An dieser Stelle auch einen lieben Gruß an unseren geschätzten Kollegen der DeFi-Dude, aka Felix, der uns in seinem letzten Video genau zu diesem Thema auch lobend erwähnt hat. Vielen, vielen Dank, schaut unbedingt auch mal bei ihm auf dem Kanal rein. Er bringt jeden Tag wirklich aktuelle Videos zu den neuesten Themen aus dem DeFi-Sektor und allem, was mit dem Thema Krypto zu tun hat. Tja, wir haben es angesprochen, der Launch von TrustEarn stand eigentlich an zum Wochenende. Und genau da waren viele Leute sehr, sehr gespannt bzw. wollten unbedingt in das Projekt rein, weil es im Endeffekt ein 1-zu-1-Fork von Trust Fund war, wozu ich ja auch vor 2-3 Wochen ein Video gemacht hatte. Und dementsprechend war der Hype hier sehr, sehr groß. Viele wollten reingehen, weil einfach das Interesse an diesen Contracts, wo also nichts mehr dran gemacht werden kann, wo der Owner keinen Zugriff auf die Funds hat, sehr, sehr groß ist im Moment, weil viele, viele Projekte, die eben halt wirklich als Trading-Projekte auf den Markt kommen, relativ schnell den Stecker ziehen und sich mit den Investoren Geldern aus dem Staub machen. Und das ist, wie gesagt, vielleicht auch gerade der Grund, warum wir diese Ponzi-Depps wieder so kommen sehen. Und hier war es jetzt im konkreten Fall so, dass TrustEarn wirklich kurz vor Launch einfach den eigentlichen Contract gegen einen neuen ausgetauscht hat. Ihr seht das auch hier im Audit, der natürlich vorher wesentlich besser aussah. Mittlerweile haben wir hier nur noch eine Punktzahl von 1. Aber tatsächlich wurde hier einfach kurz vor Launch, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, der Contract gegen einen anderen ersetzt und es wurde eine Rug Pull Function hinzugefügt. Die sieht so aus, dass die Owner in dem Falle die Möglichkeit haben, den Airdrop zu tätigen, der ja auch Bestandteil des Projekts ist, um eben halt an die Investoren Gelder nochmal zusätzlich auszuschütten. Nur in dem Falle wird das Geld eben halt nicht an die Investoren ausgeschüttet, sondern das gesamte Geld aus dem Contract, und zwar aus dem Main Contract, wird dann dementsprechend an die Owner, nämlich an die Scammer in diesem Falle ausgeschüttet. Also bitte seid hier wirklich gewarnt, TrustEarn, lasst die Finger davon, wir haben es hier mit einem 100%igen Scam zu tun. Vermeidet es also unbedingt, mit dieser Seite zu interagieren, euch zu verbinden. Ihr seht es auch, ich bin mit dem Wallet auch nicht connected, oder sonst irgendwas mit diesem Contract von TrustEarn zu tun, weil ihr an dieser Stelle einfach Gefahr lauft, dass ihr Geld verliert. Also bitte bleibt hier einfach fern, ich werde euch diese Seiten dieses Mal natürlich auch nicht verlinken. Und damit springen wir dann auch schon zum zweiten Projekt, was es genauso geschafft hat, kurz vor Launch den Contract zu ändern, beziehungsweise einen neuen Contract zu machen, nämlich PulseCash. In diesem Falle ein Projekt, was auf der PulseChain, die ja sowieso ein bisschen verrufen ist, gelauncht wurde. Hier ist der Audit noch nicht komplett geändert, ihr seht einen Overall Score von 1, aber die anderen Geschichten hier sind noch mit Punkten versehen. Bitte auch hier die Finger davon lassen, zumal wohl das erste PulseCash auch an dieser Stelle schon wieder geruckpult wurde und der Owner direkt mal eine V2 rausgehauen hat. Also im Endeffekt hat er das gleiche Projekt nochmal gelauncht und versucht den Leuten nochmal Geld aus der Sasche zu ziehen. Hier war es so, dass auch keine Backdoors gefunden worden sind, aber kurz vor knapp wurde hier einfach noch eine Funktion hinzugefügt, die es den Ownern erlaubt, die Withdrawal Fees, also im Endeffekt die Auszahlungsgebühren, von den eigentlichen 7%, wie sie hier mal vorgesehen waren, auf bis zu 100% zu erhöhen. Und so wird dann dementsprechend, sobald ihr eine Transaktion tätigt, nämlich eure Rewards auszahlen wollt, wandern diese nicht zu euch, sondern durch die 100%ige Fee wandern sie direkt zum Owner. Also bitte auch hier von PulseCash die Finger lassen. Ihr seht, auch ein Audit schützt euch nicht zu 100%, also bitte immer zu jedem Projekt nochmal eigene Recherchen machen. Schaut euch die Contracts genau an, ist der Contract, mit dem ich interagiere, wirklich auch der, der auditiert worden ist, damit ihr einfach nicht Gefahr lauft, gescammt zu werden. Das soll es dann an dieser Stelle auch schon gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, wie wir sowas beispielsweise erkennen können oder dergleichen, meldet euch gerne, schreibt uns einen Kommentar, lasst uns gerne einen Like da für dieses Video, abonniert unseren Kanal, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.